guten abend ihr glücksspieler willkommen zum platten bingo e 14 liebe grüße an die höhle und das triumvirat liebe grüße an emme und liebe grüße an ingo die ja auch alle mitmachen hier bei dem bingo glücksspieler so e 14 bei mir ist es ja so die sammlung ist genre mäßig sortiert deswegen nehme ich dann einfach das genre auf das ich heute abend bock hätte oder habe weil das ist der sinn der sache also sich einfach hier per zufall dann eine platte rauszusuchen und heute wäre es bei mir punk deswegen hier ist so bei mir das punk fach da geht so los und geht es bis hier runter und da dann irgendwie noch weiter ganz unten ist noch so hosen sonderfach an die das noch okay ok 14 mal gucken die Leute kommen gucken ob hier e ist schon was ist denn hier nee da ist noch d discharge so und dann geht es los was haben wir hier englisch docs eins zwei drei vier fünf sechs sieben also erst mal exploited also schon ein bisschen macht was aus hier jawohl sieben also acht moment habe ich mir jetzt verzählt eins zwei drei vier fünf sechs sieben war das acht goldenen zitronen sind wir schon bei g also e ist schon weg neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn ja hallschock sort cent ich glaube dänen ich gucke doch mal erst gleich nach ich meine es sind dänen und das ist der aber punk also es ist eigentlich schon fast kein punk mehr äh es ist wie nennt man denn das ist egal sehr derbe ja geht schon ein bisschen durch den discharge ein bisschen hardcore ist mit drinne super cover also schon mal richtig geil ähm mit dem alten bmw und die drei holes hier vorne ähm mit bengalo oder was muss sein oder feuer aber hinten auch nochmal drauf das ist derbe das ist ziemlich also allein gesang kannst du da kaum gesang nennen das ist ein sehr sehr düsteres gebrumme auch hier das label also bis jetzt nicht gerade das peace zeichen was wir hier haben so high shark sower lord all genau 45 umdrehungen in schwarz gibt es noch einen einleger dabei ja genau das gibt es auch ganz gut wieder das ich habe die nie live gesehen jetzt so ich habe hier im bild so recorded at master at kannst ja kaum lesen diese schrift na aber ist so ich meine das sind stellen aber ich schreibe es uns noch mal rein na ok bei mir waren es haut rein und viel spaß beim glücksspiel euer plattenanwalt über